Boah, das sieht ja richtig hart aus. Geil! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video! Wie ihr seht, der Paar sieht doch schon ganz schön schön... ganz schön 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 schön... schau schei schei... alles? Und jetzt war ich auch schon am überlegen... ob wir das vielleicht... ob wir das so machen... das hier war ein weißes... oder soll die schwarz bleiben? Ich bin dafür... wir probieren es einfach mal aus... weil ihr das mal so ein bisschen kalt... so wann die das hier... geil... so... mal testen wir nochmal... so... jetzt gehts los... so... 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 dann gehts hier erstmal lang... und... 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 da... ein paar bei Sammenschelnwetter... und... das hier... aber... die ist eigentlich so schön... so oder so... wenn ihr das... zu viel G-Anseite, das ist zu viel G-Sinder... Sollte es nicht mehr zu sehen. Und... ja da ab es war sehr gut Das kann man gar nicht dazu nehmen, das ist nicht schade. Die Nutzung war gut. Okay. Ähm. Okay. Das ist gut. Jetzt. Die Strecke. Ich hab' hier. Wenn es ganz grau aussieht, sieht auch riesig aus. So. So. Jetzt ist das Wasser kann. Wie soll ich das Wasser? Also blau auf jeden Fall. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Die ist ja ganz schön groß und lang. Das sieht super aus. Dann... Riesenwasserkanal. Pff, äh. Wasserwanne. Wasser... Wasserwanne. Wasserwanne. Genau. Sieht doch ganz gut aus. Ähm. Keine Musik. Ich weiß nicht. Hallo, Rhein. Wasserwanne. Wasserwanne. Woah. Bist du denn schreien... Jetzt fangen wir noch mal her, gucken noch mal, gerade haben wir nur die Feinheiten gemacht, das ist 15 Minuten, ich weiß nicht, wie schnell die Zeit da kommen geht. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir werden einfach tot. 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 Wir werden einfach tot platzen. Das ist nur so ein langer Weg. Wir werden einfach tot. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, decken wir das hier alles. So, decken wir das hier. So, sieht's gut aus und dann gehen wir hier rauf und suchen uns noch eine Wormhaus. Ich glaub, erstmal machen wir ein ... hat ein fiescher, ein riesen, großes Riesenrad. Und dann ... 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